Hallo, wir sind von den Jungen. Wir haben ein Paket gekriegt, was drin ist, wissen wir aber nicht. Uschi, mach auf. Ja, erst mal gucken, erst mal gucken. Ist es schwer? Ist es schwer? Das ist Fred X hat uns geschrieben. Fred X. Und Paul Hir. Mach doch mal auf, wie neugierig. Du musst ja erst mal riechen, du musst ja erst mal riechen, du musst ja erst mal riechen. Mach auf, mach auf, mach auf. Vielleicht kannst du das Ideen... Ja, mach mal auf. Ja, ehrlich? Langsam lang. Ich bin ja drauf geriechen. Mann riecht es wie, als wenn du einen Liebhaber auspackst. Oh, der ist noch geübt. Ja, du hab ich den noch nie ausgepackt. Ach, guck doch mal. Hier, lila, lila von Kopf ins Fuß, lila. Mann macht die denn spannend. Ja, langsam. Mein Gott macht die denn spannend. Ja, langsam. Es ist die Lu, lila von Kopf. Die Schulila. Mein Gott macht die denn dran mal lang. Mann kann die schneller machen. Schönen lang. Mach mal ein bisschen doller. Langsam. Querschnitt machen, wie beim Chirurg hier. Guck mal. Und denn so kriegst du mir jetzt am Haus. Nein, 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 nein. Jetzt machst du dich jetzt doch. Na, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt mach sie hier mit der Augen. Ja, sofort. Die sind ja schon drin, na? Bist du da schon drin, was? Saat euch so neugierig, guck mal, guck mal. Langsam! Mein Gott, du machst das aber spannend. Vorsichtig. Jetzt mach ich den. Ganz langsam. Was könnte denn da drin sein? Ja, mach da mal auf. Dann sehen wir das. Ich kann mal Frau wie Ostern Eier suchen. Langsam, langsam, langsam. Guck doch mal. Uschi, mach mit Gefühl. Da muss sich ja jeder bei dir wohlfühlen. YouTube! 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 Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warte mal, warte mal. Erst mal warten. Zieh mal das Höschen aus. Und nach unten. Jetzt geht's weiter. Und wer will den Deckel hochnehmen? Komm, wir machen gemeinsam hoch. Hallo! YouTube hat uns geschrieben in Englisch. Das können wir ja wieder nicht lesen. Wir versuchen das. Ich will ja wissen, was da drin ist. Den können wir später lesen. Wollt ihr nicht lesen? Kann du Englisch? Lesen kann ich. Die Krümel aus dem Bett kann ich auch lesen. Die Krümel aus dem Bett kann ich auch lesen. Ja, hier. Komm, kannst du herlesen. Oh, was ist das? Oh! Senior Zappa steht drauf! Ist das der Button? Ich glaube das ist der Button. YouTube-Button. Das müssen wir mal zeigen. Guck mal hier. Guck mal hier. Ist das super? Eveline. Das ist ja irre. Ja. Vielen, vielen Dank. Da freuen wir uns riesig drüber. Das ist ja irre. Also das ist wirklich schön. Eine große Überraschung. Das ist gelungen. Was sagst du? Mir fehlen die Worte. Ich bin so überwältigt. Ja, ich auch. Ich kann ja nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen. Schaut mal. Mädels, schaut doch mal. Das ist doch unglaublich. Super. Eine Ehre für uns. Und wir, stellt euch das mal vor, wie uns ist es gelungen. Mit unseren Fans. Ja, wir müssen einfach Dankeschön zu unseren Fans sagen. Ja. Ihr habt das ermöglicht, dass das heute hier bei uns auf dem Tisch steht. Wir haben eine Tasse Kaffee getrunken. Wir sind zusammengekommen. Überglücklich. Überglücklich. Danke. 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 Auf die Nächsten. Auf die Nächsten. Was kommt denn nicht? Bleibt uns treu. Kommt da noch ein Button? Nein, das kann es ja gar nicht. Noch eine Steigerung kann es ja gar nicht geben. Natürlich. Guck mal. Aber bitte. Ein YouTube Senioren-Zocken-Button. Ja. 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 Ja.